In dem Wettergewichtskampf über 3x3 Minuten der Männer stehen sich gegenüber Rote Decke für Apeldorn. Marek Manukian, Airbox gegen unseren Marcel Nullay. Ring 2, Runde 1. Klasse, 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 Klasse! Ring 2, Runde 1. Das war's. Los geht's! Erich Drehgebracht den Kampf wegen Überlegenheit des Holländers ab. Sieger durch RSC, die rote Ecke, Narek Manokia.